Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge hier Constructions in Semana of Gold Edition und ich habe hier wieder perfekt abgeladen und da war es doch dort drüben mein heiß geliebter Chef ähm hallo ich komme nicht zu dir Nein dieser Entzug Dieser Entzug, Freundschaftsentzug, nein, wir sind getrennt Ich fühle mich gekränkt, ich komme nicht zu ihm Tja, so muss das sein Gott, aber schau mal, wie Buffs, ne, das hat geladen ist zum Thema, äh, die Sachen sind rund, ne Die Sachen sind rund Ja, deswegen, äh, die Hitbox ja in Luft, gell, und zweitens fliehen die nicht runter Ja, weil so ein Kegelform kriegen die ja auch nicht geschissen Ach so, nein, das ist ein Kegelform Hinten legt sie aber auf Naja, nicht ganz Nicht ganz Nicht ganz Sitzung, wo man nicht den Katz aus dem Sack gelassen, ne Sag mal so, es ist, es ist, die Hitbox ist wahrscheinlich schon nicht rund Aaaaaaaber Weißt du, das ist jetzt auch wunderbar hier, guck mal, das hängt da nur an einer kleinen Ecke hier Aber, das Objekt hat die Eigenschaften, als wäre es rund Uuuu, jetzt ist ein viel Zitat auf Philosophie, ja, ne Jetzt fahrt du eher fort her Ja, versuch'n mal Wenn man mal diese Feuerwehrs sinnvoll ist Und ich nehme einfach das Ohr mit Hä? Ja, weil das nicht runterfliegen wollte Bebebe Na komm! Ich möchte natürlich sagen, wie professionell ich das hier wieder mache Also Ed meint, ich sollte irgendwas nicht benutzen Der lenkt auch ab Ja, der ist ganz schön schief Uiuiui, der darfst du mich fast am Bach holen müssen Oder sie sind keine Lacki, ja Das ist ein See Ne Ne Das ist ein Lacki Das kann sie Da hab ich hingebullert Also du meinst, wir sollten nur den rechten Joystick benutzen Genau, links, nur links, rechts Um zu drehen Aber, aber Man macht das normalerweise nicht Doch, eigentlich schon Bei der Hauptbahn bleibt meistens immer gerade Ja, aber ich steuer gerne immer mit beiden Joystick Ja, du Die hat keiner gefragt Brauch' immer gerne beide hin Ist doch viel schöner und eingenehm Und gleich in die Maul immer beide Weil, wenn einer schlapp wird, dann geht's durchgehend weiter Das darf man nicht wechseln Ja Spart man sich die 0,5 Sekunden für den Wechsel Ja, da hast du eindeutig recht Tja, die 0,5 Sekunden sind immer schon einiges anders Ja, kommt drauf an, was gerade abgeht Also Naja, je nachdem wie schnell man abgeht Ja, das ist natürlich dabei auch noch entscheidend Weil das kann natürlich schon so einiges entscheiden Ob man das standard oder eher langsam abgeht Ja, jetzt überlegen mal, wenn du so mit Ich sage mal einfach so da und zwei der Kammer unterwegs bist Und dann nur noch 5 Sekunden, wie viel Meter du da eigentlich dich bewegst Deswegen immer mit zwei Händen den Joystick festhalten Mal fliegen Weil das ist wirklich cool Was Jetzt halt euch denkt, hat eindeutig mehr Spaß Genau, aber ich bin schon fliegen Wie gesagt, wenn du dann zwei Kilometer unterwegs bist Überlegen mal Deswegen immer beide Hände am Joystick Mal fliegen Ja, denn Wie wir ja in Space Engineers gelernt haben Mal fliegt Wenn man fliegt, dann ist man ganz schnell irgendwo Ja Kann sehr kurzer Zeit sehr viel zerstellen Das haben auch die Hände gespielt, seitdem du abgehauen wirst Seit Montag Wir kommen zu nix mehr, Leute Wir sind ein altes Ehepaar Das haben wir euch schon letzte vorher gesagt Genau Wir kommen zu nix mehr Wir schaffen nix mehr Und schuld daran Sind wir beide Ja Genau Ihr seid dazu Wir sind die Freunde für euch Ja, ey, wir kommen ja dazu auch nix Irgendwie, ja Ja, Reiz hat dann immer manchmal die Initiative und sagt jetzt Jetzt, wir sollten schon mal wieder aufnehmen Da sag ich halt nix mehr Da sag ich halt nix mehr Wenn es da sein muss Ja, also ich Ich würd ja gern dieses Hier mal fertig machen Das ist ja so mein Empfinden Der mal irgendwas zu Ende bringen will Nur, ey, das ist ja relativ vain Nee, das ist nett, aber Es war halt jetzt die letzten Tage Was wird auch nicht da? So richtig Kann ich ja auch nicht Weißt, man muss dann wieder Rücksicht auf mich nehmen Ja Bin ich mir auch immer überlegen, ob du Rücksicht auf mich nimmst Wenn ich grad ein bisschen Minecraft spiele, um mich Minecraft spielen zu lassen Genau, das mach ich nicht Und weshalb nicht sagst, ob wir aufnehmen Das ist klar, weil du bist den ganzen Tag dann weg, dann bist du am Sterber umhantiert Und dann gehen wir nerven Wenn du dann wie ich spielst, dann reg ich sie wieder auf Du hast dann für nix mehr Zeit Lass ich dich erspielen Weißt du auch, aber mach dir nicht wegen mir so viele Gedanken Ich bin sowieso ein Vollidiot, das hab ich dir schon sehr gerne mal gesagt Das weiß ich doch, aber ich muss auch trotzdem So müssen wir wieder die Lasting-Semphatien Aber du hast Mitleid mit mir, du findest doch Doch, äh, doch irgendwie Keine Ahnung Mitleid ist aber nicht immer positiv, ne? Empathie! Wie heißt das? Sympathie Empathie? I don't know Keine Ahnung Ich weiß gar nur, ob unser Mitarbeiter ist gerade in Dieves-Wicked-Joint Was für Mitarbeiter? Was für Mitarbeiter? Ein stund der Mitarbeiter Ja, kann man ja nicht den folgen fragen Was er Weihnachtsmarkt? Er ist wieder da? Was am 13. Hu 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 Der kommt der was? Das ist super aus So wie immer nicht Einfach mal vorbeischauen bei uns ein ziemlich Weg Und in der Videobeschreibung liegt zur Forum, was findet ihr? Dingsblick, dort findet ihr den Weihnachtsmarkt Wenn dann alles Ich kann nicht abladen, sagst du dir Ich schaffe es nicht Ich schaffe es nicht Hallo, ich bringe die letzte Früge, dass du bewusst, ne? Ich schaffe es nicht Ah, bei mir auch, wenn du noch zwei Folgen da für die Rohre Mein Gott, die einer wieder hoch Weil du musst dir dann mal anschauen, wie ich das auch genannt habe Mal bin ich mir grad gar nicht bewusst, ob das alles grad richtig rum ist, aber Mee, mee unchmmssommmmmmm So, eingepackt Verpasst eh Hab ich ja geradeoko mitgebracht Wie gesagt, wie dein Vater immer Vor allem, dass Runde aufs Ecke gestellt wird, ne, hier aufs Runde, so. Als obere hab ich ne Hitbox. Also ne obere auch. Ist das hier jetzt richtig rum? Ist hinten dicker als vorne. Da ist die dünnere Seite, ja. Ja. Juhu. Hat nicht lang gedauert. Der Mobilkran lässt sich um einiges einfach versteuern. Das stimmt, deswegen mach ich dir gar nicht mit. Weil er noch höher ist und noch mehr schwankt. Wenn er noch längere Reaktionszeit hat. Mhm. Reaktionen, Erektionen, Penetrationen, ne, und so weiter. Ja. Es ist natürlich immer ein sehr spannendes Thema, was wir hier wieder ansprechen. Dazu gibt es auch sehr wunderschöne Filme, die sich damit z.B. beschäftigen. Weil grad bei dem Thema also. Gibt's das z.B. den ein oder anderen? Ja. Du könntest ja mal ein paar Titels in deiner Videobeschreibung verlinken. Sonst schreibt einfach in die Kommentare, dass wir einen gewissen Titel haben möchten. Und dann bekommt ihr den. Dann schauen wir uns ihn an und diesen Film dann ganz fachlich analysieren. Ich will erst mal, wenn du still bleibst, brauche immer das Rohr. Ja, du willst doch mein Rohr, ey. Du, wer kriegt so. Nein, ich will das Rohr auf dein Rohr stoppen. Ah, ja. Mein Röhrchen, ne? Nein, du ist ja dazu gedacht, dass du nicht Röhrchenröhrchen machst, sondern ich entscheide, ob du Röhrchenröhrchen machst. Ups. Ich hab dich gebombst. Ja, das. Ihr wisst das. Der Röhrchen steckt auch in nem Röhrchen. Mein Röhrchen. So. Riechst du es geschissen, mein Röhrchen. Ist das falsch auch? Ja, ist das falsch auch. Ja. Walsch. Der Deal ist hier leider. Bin mal gespannt, ob du das geschehen kannst. Wir brauchen ja erst seit drei Stunden hier dran. Ja. Walsch. Was? Oh, Tisee. Wobei, du brauchst ja 30 Sekunden um an dich zu drehen. Ja. Aber Leute, wie er das zu Ende dreht. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an, wenn ich mal behaupte. Ha, 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 ha. Er gibt hier nicht geschissen. Nein, kriegst du aber nicht. Also. Auf dich zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge.